gut dann da ist macht jetzt was neues das habe ich ja noch ja da ist noch jetzt ein lötkolben spaß schaut gleich aus wie ein lötkolben ok ich habe nicht eine ich habe nicht eine geschaut und habe mir gedacht okay da ist noch jetzt lötkolben es ist ein es ist super leicht gewicht supersonic hair dryer und der passt sich mit einem rfd chip an jeden aufsatz speziell an und ja die was für sie die hitze entwicklung ist wenn du weiter nach unten fahrst du schalt wirklich aus wie ein löteisen schaut sehr speziell aus ja ist aber eigentlich für friseure und friseurinnen gedacht bei dem preis von 570 dollar hätte jetzt vermutet ja dass das jetzt nichts für ein heimgebruch naja das würde nicht ausschließen dass das auch für den privatgebrauch aber das hat ja diesen anderen wie heißt es der mir noch anderen hoher trockner oder was weiß ich was oder wie heißt es der lockenstock der ist ja zuerst einmal glaube ich für das gedacht gewesen oder den kaufen der wette privat mittlerweile er gekauft da ist ein supersonic herr war ja da ist ein arab der war das ist ein arab wie siehst du das da ist er wenn jetzt eine frau fragen würdest die würden wahrscheinlich keine die hat schon locken die brauche kann locker starb okay dann vielleicht nicht aber ich glaube das habe ich der kostet 477 euro naja ich würde fast sagen für frauen ist das fast ein multifunktionales gerät wenn man noch ein bisserl am design schraubt der 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 hoher füllen doch mal naja da lockenstab aber der hoher föhner was du schon wieder denkst aber ich führe es nicht weiter aus namens was nicht schneiden du brauchst nicht ausführen du brauchst du ein wurscht bitte das ist doch nichts was man schneiden muss bitte hallo ich habe mir gedacht es wird noch schlimmer ich habe mir gedacht es wird noch schlimmer mittlerweile weiß ich dass ich mich selbst zensieren muss aber ja okay die idee finde ich manchmal finde ich overengineering ziemlich geil und und in dem fall trifft sogar wirklich zu weil mit dem fön ja weil weil ein fön ist so ein ding was eigentlich technisch wo du denkst das ist technisch aus ausgearbeitet das ist das ist technisch da wo man ist da drin sind heizspiralen und ein ventilator das ist ein fön heizspiralen ventilator stromfahrt eine heizt die drähte auf der ventilator fängt zum ran an und warme luft kippe aus das ist ein fön und die haben das teil halt überengineert so dass es extrem klaren ist und es schaut wirklich voll kompakt aus was mich fast wundert weil eigentlich was man das ist leicht so dass sie passiert jetzt auf keiner studie oder irgend sowas was ja witzig ist eigentlich wenn du da ist und so anschaut diese staubsauger seit die gibt die hatte der mir komischerweise immer männer angezogen weil die ja die haben ja immer ausgeschaut wie so laser kanonen und raumschiff das ist witzig eigentlich dass das jetzt an dass das jetzt also dass das jetzt so quasi noch so auf haarpflege etc transportiert wert und dass das scheinbar nach wie vor funktioniert weil die waren klar du kennst diesen geräte mittlerweile heraus weil die schauen die schauen abgefahren aus die schauen anders aus wie andere geräte aus derselben klasse ja definitiv ja ja nein und es gibt extrem viele leute qualitativ auf diesen schwören wobei immer doch ein bisschen schwarzen weil weil es für mich weil weil es für mich von der haptik nur überteuertes hot plastik ist also zb so da ist ein staubsauger das ist schon ziemlich geil aber ich habe schon modelle gesehen die sich anfühlen als wäre das 100 euro china gadget ja die frage ist halt da immer gibst du 799 euro für einen handstaubsauger ja ich rede jetzt nicht von einem handstaubsauger sondern schon einen mit stil wo man akku staubsauger ja ja klar die haben nichts mehr würde ich ausgeben ja würde ich ausgeben ob es jetzt am ile oder oder reisen ist das entscheidet sich bei mir erst aber das würde ich ausgeben weil die akkulaufzeit reicht um das haus zu sagen du drogst das teil von a nach b und du saugt was ist das problem bei staubsauger ich habe kann du musst den immer herholen einstecken kabel ausziehen einstecken saugen als ruck tragen also stand gerät mit akku steht da und nimmst holst saugstöche hinter fertig es ist ganz ehrlich das problem habe ich nicht weil ich denke mal das ist mir ja ich habe deshalb mit kindern ändert sich das ist ja gut kann ich sage jetzt nichts dazu aber jetzt für mein szenario über saug und wie schraubt er macht also der macht der macht kannst du sagen 80 prozent der arbeit macht der und dann habe ich angstinke normalen sogar am beutel staubsauger und ich sage für das was sie das ist auch und teilweise bin ich so zu faul dass sie ihn wie das sind saugroboter hinfahren es ist wie gesagt wir haben ja also mittlerweile haben wir nur noch zwei staubsauger roboter weil der andere hat ja den dienst quittiert habe ich mir auch gesagt ich bin drauf gestiegen na der andere hat der andere funktioniert auch nicht mehr der ist jetzt in meiner will haben verkaufsliste drin als ersatzteilspender für jemanden der noch damit arbeiten will der ist halt mechanisch dass das das acht oder neun jahr das war noch so ein robot der clemens hat den einfach den hat er wie so an ich sag mal wie sein knecht den hat da einfach fertig naja na der ist einfach fertig der hat der hat der hat echt sieben acht jahr wirklich seinen dienst vollzogen das teil ist halt jetzt mechanisch einfach am ende der ist am ende mechanisch und die machen die grundreinigung in die wohnräume und 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 ja also da einem wohnraum der andere halt im vorhause sind die bäder wo man halt hinstellen und ein vor wie sagt man doch vor vorraum also es vor haus ist man klemmensohn man geht damals zuerst in eine garage die ist so 700 männer zuerst quadratmeter zuerst fort noch mal zum 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 eingangstor des grundstückes und dann wird man vom diener mitten im rolls-royce zum eingangstor hingeleitet und dann geht einmal rein und bewegt sich über marmorböden an den ganzen brunnen vorbei und an den palmen und geht dann der hauseingang zum eigentlichen vorhaus ist eigentlich ein komplettes haus total dekadent ist total übertrieben braucht kann aber es wohnen kann auch immer als vor okay nennen wir es vor raum vor raum ja stimmt ja also im vorraum ja da fahrt er und in den barthold wo man ihn halt hinstellt der ist ja der ist ja weder intelligent noch irgendetwas der jetzt auch einfach entfertigt das ist damit bin ich zufrieden und sonst haben einfach quasi so das was in den 90er jahren so der geile heiße scheiß war wir haben eine zentrale staubsaugeranlage wo man einfach nur einen schlauch in die wand steckt und dann das gibt es noch das zeig bei mir ist das im haus so vor 25 jahren na warte mal vor fünf vor was war ja hammer 2000 jetzt eine frage wie funktioniert vor 30 jahren eingebaut waren das hast du in jedem raum hast du so eine öffnung in der wand wir haben eins zwei drei vier öffnungen der wand ja vier durch vier öffnungen in der wand und da hast du an einen schlauch davon weg na und da steckst du den schlauch eine wie lange ist denn der schlauch ich weiß gar nicht wie lange ist die öffnungen sind alle ziemlich zentral in der villa und ich glaube zehn meter oder so ist der schlauch und wo fährt es dann hinten unten in der garage ist dann quasi die der zentrale ausgang und da ist also 1500 watt saugmotor drinnen also da ist das staub und da ist ein staubkübel den content durch den kannst entklammern und ausleeren dann da ist kein beutel ich stelle mir das ich stelle mir das so vor so noch ein jahr geht der klemens mit so einem riesen kübel staub durch die gegend das muss man schon alle zwei drei monate mal ausleeren aber es ist da ist unten ein motor der saugt einfach an der erzeugt einen unterdruck und durch den unterdruck wird der stapel der dreck eingesagt das fall das geht dann durch die rohre und landen dann unten quasi in dem kübel und den lehrt man dann einfach alle bei aus also gibt es kein staubbeutel alle paar monate mal aus da gibt es kein staubbeutel und nix das teil ist 30 jahr alt und das verrichtet immer noch seinen dienst mittlerweile habe ich mehrfach einmal bissl eine lötstellen wieder richten müssen und und ein relais mal austauschen müssen aber es funktioniert der motor funktioniert aber das teil wird halt auch nicht auf ewig funktionieren und dann denke ich mir halt schon ich tue mir sicher nicht dann wieder um keine ahnung was das früher gekostet hat wahrscheinlich kostet ist nachrichten von seiner anlage ein paar tausend euro würde nie mehr im leben würde mir sowas her tun vor allem wäre das wahrscheinlich nicht so lang halten wie das jetzt das funktioniert jetzt seit 30 jahren da bin ich mir schon beim überlegen dass ich mir wirklich so einen akku staubsauger mit stil holen und fertig ja ich denke mir aber trotzdem dass sie dafür wenn jetzt wenn ich hätte wenn ich jetzt überlegt ob man jetzt mehrere tausend euro in seine zentrale staubsaugeranlage investieren aber die ist bequem weil du trockst du quasi auch nur noch den schlauch dass man offiziell dass man beide old waren seien wir diskutieren über staubsauger ja das ist aber nicht denkt zum beispiel ich finde dann bosch akku staubsauger er kostet 303 ist ja 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 ich sage jetzt sieht dass das ist ein heißen oder mile werden muss ich sage deshalb denke ich mir da gebe dafür wirklich fast also der dyson kostet 900 euro in der top variante wo ich mir denke ja und und ich sage ja nichts dagegen ich finde die bosch lösungen ja sogar ziemlich geil weil bei die bosch stil staubsauger kannst du den normalen bosch akkus zum beispiel verwenden die 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 akkus da gibt es nämlich modelle da kannst du die akkus von die von die von die baumaschinen baugeräte und so weiter verwenden das ist das ist zumindest gescheit weil das ist noch ein eintauschbarer akku ja stimmt wie sieht siehst du das das gibt es ja ja eben das ist das ist das ist das ist zum beispiel eine geile sache sagen wir so für mich komplett sinnlos weil ich habe kein sechs werk ja mehrere mehrere zum beispiel von bosch und nachher ist das schon ziemlich cool vor allem ist es ist total einfach sowas zu da einen ersatz akku zu holen weil dann fährst du einfach in baumarkt und holst dir einen akku beim dyson wirst du oder bei mir was muss muss ein paar dyson bestellen ja oder austauschen lassen je nachdem wie die verbaut sind und da das das finde ich schon ziemlich cool also das hat schon was das muss ich sagen warte mal es gibt wirklich also es gibt an du kriegst ein satz akkus anscheinend die gibt es bei dyson bei der ja sicher aber es ist halt nicht so so niedrige einstiegshürde wie du forschst zum ob ich im vollstand bosch akku ich mache du sagst du gehst zu einer baustelle und klaust du oder du bist du direkt zu zu verbrechen auf naja immer auch du sagst okay aber du siehst ich habe null anruf an den zeig gut